Herzlich willkommen in Ihrer Heide Apotheke in Mythen an der Aller. In unserer traditionellen Apotheke sind wir Ihr Ansprechpartner für Medikamente und Fragen rund um Ihre Gesundheit. Zusätzlich beraten wir Sie in unserer Phytothek zu alternativen und pflanzlichen Arzneimitteln. Unseren Kunden schnell und zuverlässig zu helfen, ist unser höchstes Ziel. Wir beraten Sie gerne und nehmen uns die nötige Zeit, um das richtige Mittel für Sie zu finden. Die Herstellung von Rezepturen nach den Vorgaben Ihres Arztes, Tierarztes oder auch des Heilpraktikers übernehmen wir bei uns vor Ort. So erhalten Sie genau das Medikament, das Sie benötigen. Das Anmessen Ihrer Kompressionsstrümpfe erfolgt bei uns professionell und passgenau, um einen optimalen Sitz zu garantieren. Auch bei dem Verleih von Geräten sowie der Blutdruckmessung sind wir für Sie da und bei wechselnden Aktionen ermitteln wir zum Beispiel Ihr Osteoporose-Risiko. In unserem Kinder-Schnucki-Club können Kinder basteln und experimentieren. Jedes Clubmitglied erhält monatlich eine Wundertüte mit vielen spannenden Geschenken. Mit dem hauseigenen Lieferservice für Medikamente wird der Rundum-Service komplett. Wir sind für Sie da!